Ich seh mir jeden von euch an und erkenne die Spuren dieses langen und schrecklichen Krieges. Wenn wir heute Nacht sterben, dann stirbt die Menschheit mit uns. Die Maschinen haben einen Terminator in die Zeit vor dem Krieg zurückgeschickt, um meine Mutter, Sarah Connor, zu töten. Sir, ich möchte sie retten. Was du jetzt tust, bedeutet das Ende des Krieges. Zu der Zeit, in die du zurückkehrst, war sie verängstigt und schwach. Pass auf sie auf für mich, Kyle. Komm mit, wenn du überleben willst! Sofort, Soldat! Hier stimmt was nicht. John hat mich hergeschickt, um dich zu retten. Vor dem Terminator, der geschickt wurde, um mich zu töten, weiß ich. Aber den haben wir schon erledigt. Wir? Ich habe auf dich gewartet. Die Zeit, in die dich John geschickt hat, existiert nicht mehr. Alles hat sich verändert. Wir können den Tag der Abrechnung verhindern. Lauf! Wo ist er? Ich komme wieder. Was? Ja, dass ich jetzt zurückgezogen habe. Dass ich jetzt nicht immer schütt, kann ich her. Wir werden euch verendi cadre.